Großbrand vernichtet Garagen und Wohnhaus und stoppt Bahnverkehr Rendsburg, Großbrand im Norden, in Rendsburg, Schleswig-Holstein, stand am Montag eine Lagerhalle in Flammen. Wie Polizeisprecher Michael Heinrich gegenüber SH erklärte, brannte gegen 9.12 zunächst ein Schuppen, ehe das Feuer auf ein Wohnhaus, eine Lagerhalle, Garagen, eine Werkstatt sowie mehrere Bäume an der Kieler Straße übergriff. Die Feuerwehr war mit rund 100 Leuten bis 16 Uhr im Einsatz und brachte den Großbrand unter Kontrolle. Über die Warn-App-Miner wurden Anwohner zwischenzeitlich darum gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten sowie Lüftungs- und Klimaanlagen abzuschalten. Der Brand hatte auch Auswirkungen auf den Bahnverkehr. Direkt neben dem Gelände liegt eine Eisenbahnhochbrücke, die durch das Feuer beschädigt wurde. Wie die Deutsche Bahn mitteilte, war die Strecke zwischen Rendsburg und Neumünster bis zum Abend gesperrt, ersatzweise fuhren Busse. Nachdem Polizeisprecher Heinrich zunächst erklärt hatte, dass es wohl keine Verletzten gegeben habe, teilte die Feuerwehr am Abend mit, dass ein Mensch eine Rauchgasvergiftung erlitt und in eine Klinik gebracht wurde. Es handelt sich um einen der zwölf Bewohner des abgefackelten Hauses. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht absehbar. Auch die Brandursache ist unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen dazu aufgenommen.